Die Wette, es geht um folgende Geschichte. Ich habe hier einen Korken. Dieser Korken ist von einer Champagnerflasche. Das Gegenstück dazu sieht so aus. So also kann man auch Champagnerflaschen öffnen und darum geht es in der Wette. Wir haben zwei Kandidaten, die behaupten, 60 Champagnerflaschen mit ihrem Degen in drei Minuten so zu köpfen. So und jetzt würde Thomas sicherlich eine nehmen wollen, um jetzt sozusagen einfach mal es selbst nicht zu versuchen, aber so ansatzweise so, dass sie irgendwo so machen und mehr wird da nichts rauskommen. So, jetzt für die Probensituation. Jetzt wird es ernst. Die Herren versuchen eigentlich zum ersten Mal, muss man sagen, jetzt auf Zeit ihre Wette überhaupt mal in einen Griff zu kriegen. Alles soweit, alles klar. Konzentration an die Gewehre. Achtung und top, die Wette gilt.